Hey, ich heiße Sebastian und bin 15 Jahre alt. Auf diesem Kanal kommt Minecraft-Content, aber auch vieles mehr. Wie zum Beispiel PvP-Action. Plugin-Vorstellungen. Und dann drückt ihr einfach zum Plugin und dann kommt ihr ganz viel Sachen. Und hier steht auch noch Version, Server-Version, Entwickler, Status beendet. Auf jeden Fall braucht ihr dafür Plot-Squared, Server-Vorstellungen. Und den Kanal heute stellen wir mal in Server vor, RalphitGames.de. Einfach mal hier eingeblendet und vieles mehr. Schau dir gerne meinen Kanal in Ruhe an und bilde dir eine eigene Meinung zu meinem Kanal. Und wenn er dir gefällt, lass doch gerne ein Abo da, dass du mich unterstützt auf dieser Reise. Das war es eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, bye.